Kuriose Lügen. In Filmen und Serien wird gerne gezeigt, wie Schildkröten ihren Panzer verlassen. Und bis heute glauben viele Menschen, dass Schildkröten dazu wirklich in der Lage sind. In Wahrheit sind sie dies allerdings nicht. Denn die Schildkröten sind der Panzer. Würde man den Panzer zerstören, würde man auch die Schildkröte töten. Denn im Inneren des Panzers liegen die Innereien der Schildkröte. Hast du's gewusst? Like und folg mir gerne für mehr.